Dann kommen wir mal zur Lesestunde des Marvin Texas, ja, seid ihr bereit für Hörbuch, denn PA Sports hat es sich mal wieder zur Aufgabe gemacht in seiner Instagram Story, kryptische Botschaften an den Mann und an die Frau zu bringen und alles was dazwischen ist natürlich. Guten Morgen Welt, ich habe 22 Jahre meines Lebens in Musik investiert, das ist echt krass, wenn du überlegst, wie lange der schon dabei ist, obwohl er noch relativ jung ist, der ist ja da echt als 14-jähriger Knirps hier schon rumgesprungen, echt crazy halt. Ich bin mit keinem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen und mir wurde auch noch nie irgendetwas geschenkt. Ich musste für alles, was ich heute habe, bluten und zusätzlich noch sehr viel Geduld aufbringen. Da gibt es einige Kandidaten, die es auf diesem Weg leichter hatten und jedem sei es gegönnt, denn am Ende des Tages bekommt jeder das, was er verdient hat, auf die Art und Weise, wie er es verdient. Allerdings hat mein Verdienst im letzten Jahr dafür gesorgt, dass es sich einige Kakerlaken zur Hauptaufgabe ihres Lebens gemacht haben, alles in den Versuch zu investieren, mich getriggert zu bekommen. Oha, oha, oha. Falschbehauptungen, Lügen über meine Person, Lügen darüber, wie ich mein Geschäft führe, Beleidigungen, Beleidigungen meinen Liebsten gegenüber. Menschen, denen ich nur Gutes getan habe, waren nicht manns genug, ihre Vereinbarungen einzuhalten. Als ob das Brechen ihres Wortes nicht beschämend genug wäre, sind sie noch so anmaßen, Forderungen in den Raum zu stellen. Okay. Es gibt Leute innerhalb der Industrie, die meinen Handtuchträger gewesen sind, sich durch die Visitenkarte, die ich ihnen in die Hand gedrückt habe, das erste Mal in ihrem jämmerlichen Leben eine Relevanz holen konnten und dennoch so wenig Angst vor Gott haben, dass sie die Dreistigkeit besitzen, schlecht über mich zu reden und meine Angestellten bei der Polizei anzuzeigen. Ei, 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 ei. Ei, es gibt Freunde, die mir sagen, ich könne nicht mehr agieren wie damals, da es jetzt Angriffsfläche gäbe und meine Frau immer wieder zur Zielscheibe werden würde. Yanni, sie ist jetzt das, was jahrelang meine Größe war und deshalb bin ich limitiert in meinem Handlungsspielraum. Wenn ich so ein fragites Ego wie ihr kleinen Pisser hätte, wäre das eventuell so, aber ihr habt anscheinend immer noch nicht begriffen, dass ich in Sachen Konfrontation einen verdammten Knacks habe. Also, worauf das Ganze hier hinauslaufen wird, ist wahrscheinlich die erste musikalische Abrissbirne aus einem möglichen finalen PA Sports Album, was vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres auf uns zukommen könnte. PA wirkt momentan sehr, sehr angepisst. Ja, wir haben es ja das letzte Mal so in einem etwas größeren Rahmen mitbekommen, als Jasis versucht hat, ihn in eine rechtsradikale Ecke zu drängen und als hier dieses ganze Ding da mit Aroos und seinem Meme-Kumpel hochgekocht ist und so weiter, da hat sich PAs Boss auf jeden Fall schon sehr abgef***t gezeigt und ich glaube, dieses Mindset schwappt jetzt vielleicht rüber in eine mögliche finale Long-Player-Promophase. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, PA hat auf jeden Fall das Zeug, das wissen wir, mit seinen Bars komplett zu zerstören. PA ist jemand, der unter anderem auch mit dem Casey Rebel Disstrack Guilty 400 einen der besten Disstracks aller Zeiten gedroppt hat. Ich weiß noch, wir haben uns hier mal meine 30, also die für mich 30 besten Disstracks abgecheckt, ja, in drei aufeinanderfolgenden Streams und Guilty 400 von PA Sports geht gegen Casey Rebel hat damals von euch irgendwie 96 oder 97 Prozent bekommen, 9 bis 10 Bewertungen. War damit der von euch am besten bewertete Disstrack in dieser Top 30. Knapp vor Urteil von Savasch, Leben und Tod ist Kenneth Glöckler von Bushido und Fanpost von Kollegah, den ich ja persönlich als den besten Disstrack aller Zeiten sehe. Das war wirklich krass. Vor allen Dingen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass vielleicht der eine oder andere von euch den Song gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, wie krass der eigentlich war. Also Guilty 400, wie lange geht der? Der geht auch irgendwie 18 Minuten oder so, ne? Ja, ey, ich dropp hier nur Facts. Ja, wie gesagt, gemessen an den Bewertungen war das der am stärksten bewertetste Disstrack. Und der Song geht so lang und schafft es aber im Vergleich zum Beispiel zu Fanpost 2, weder redundant zu sein, noch irgendwann langatmig oder langweilig zu werden. Ja. Leben und Tod ist Kenneth Glöckler hat halt ein paar Lines, die nicht gut gealtert sind, hundertprozentig, ja, deswegen da die Abstriche. Fanpost hat leider kein Video, muss ich sagen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und Urteil ist, gemessen am Härtegrad, ja, doch eigentlich softer als so mancher Disstrack, den wir heute so gewohnt sind, ne? Sind alles geile Disstracks. Ich würde sagen, dass die vier wirklich die krassesten sind, ne? Und dazwischen ist wirklich teilweise eine, äh, ganz kleiner Abstand, ganz, ganz minimaler Abstand. Aber das nur mal dazu, ja, PA kann, wenn er will, ein sehr, sehr giftiger und bösartiger Gegner sein und der ist auf jeden Fall wahnsinnig, wenn es darum geht, irgendwann mal zurückzuschlagen, weil er sich zu sehr getriggert führt, ja? Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Er soll sich, er kann sich ja rein theoretisch mit allen anlegen, außer, gibt es irgendwelche Leute, wo ihr denkt, er hätte, er würde den Kürzeren ziehen? Vielleicht gibt es da auch ein Emote für den einen oder anderen hier im Chat? Mal schauen, ja. Was denkt ihr? Also PA natürlich ein, äh, krasser Gegner, ja? Mhm. Ja. Ich sehe hier natürlich direkt das grüne Cappy aufblitzen und da würde ich mitgehen, ja? Also natürlich. Ich küsse dein Herz. Levo, danke für die 500 Bits. Natürlich ist es so, dass es schon mal ein, äh, ein Zusammentreffen von PA Sports und Julian Boss gab, aber da, da hat ja Julian Boss gerade angefangen, als Julian Boss zu rappen. Das kann man ja mit dem Julian Boss von heute nicht mehr vergleichen. Also wenn PA denkt, dass das Diss-Massaker, äh, Grabrede von Julian Boss gegen PA, äh, das Niveau wäre, was Julian Boss 2024 an den Tag legen würde, da hat er sich aber ganz, ganz krass geirrt, ja? Also ich, ich als Freund, ja, ihr wisst, PA ist jemand, einer der wenigen Leute, die ich wirklich auch als Freund, als Bruder bezeichnen würde in der Deutschrap-Szene, würde PA wirklich abraten, gegen den Boss zu schießen, als freundschaftlicher Rat und ich glaube, da spreche ich auch gemeinschaftlich für uns als Bubble, ja? Denn man sieht, ja, was, äh, zum Beispiel mit JJ passiert ist, hat sich jetzt eine Woche irgendwie in Sicherheit gewogen gefühlt und wurde gestern nochmal komplett, ja, durch die Deutschrap-Szene gepeitscht, muss man sagen. So, wir gehen mal weiter in, äh, der Story hier. Alpha-Mindset. Das ist kein irrationales Posting am Morgen, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Ein Sturm, der mit so viel Ruhe, Geduld und Zielgenauigkeit geplant wurde, dass eure Mütter geäfft sind. Also PA hat ja schon in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dass er an neuen Musik arbeitet und sich da anscheinend auch alles angeschaut hat. Ich bin gespannt. Auch im Podcast mit Fahrt, ja, Made in Germany, unglaublich empfehlenswerter Podcast, unbedingt abchecken, hat er ja immer wieder gesagt, dass er im Studio ist. Und ich hoffe aber mal, dass es diesmal nicht so ein Spagat wird, wieder zwischen Love-Tracks und dann wieder härteren Tracks. Ich finde, wenn man sich das letzte PA-Sports-Album, Life is Pain, reinzieht, fällt auf jeden Fall auf, dass man einen roten Faden vermisst, weil PA-Sports natürlich als Künstler immer größer geworden ist, immer relevanter geworden ist und deswegen dann auch das Gefühl hatte, beziehungsweise den Druck hatte, es allen seinen Fans recht zu machen. Und das ist schwierig, wenn man halt sehr, sehr verschiedene Styles bedient. Sowohl dieses Brian Adams-Ding da hier, Heaven, ja, da gibt's dann halt die Ladies, die da dazu dann da hinschmachten und dann gibt's aber Songs wie 100 Bars Final Kill, wo wir dann hinschmachten, wo wir dann in den L.E.P. CEO verliebt sind, wenn er seine Gegner lyrisch filetiert. Und das mal auf Albumlänge wäre halt fett, ja. Das wäre halt echt fett. Egal wie groß, klein, relevant oder irrelevant, ich werde dich effen. Dich und alles, was um dich herum ist. Ich werde nichts von euch übrig lassen. Aber das klingt drastischer als je zuvor, muss ich sagen, ja. Machtwechsel 2 war das letzte, ja. Machtwechsel 2 war ja eher so eine Art Schnellschuss noch danach so mit Mixtape-Character. Und ich fand auch, dass auf dem Album, klar, die Härte war auf jeden Fall mehr vorhanden als auf Life is Pain, aber da war schon der Song mit Jakari, war schon der Diss-lustigste. Weißt du, was ich meine? Berners meint er. Ja, es kann sein, dass er hier den Rap-Opa Bero Bass hier vielleicht auch nochmal fronten will, weil Bero Bass hat ja auch immer so eine kryptische Line abgeliefert in seinem Diss-Track gegen Farid Bang, P.A., sei leise, sonst kriegst du es auch ab oder sowas, ne, genau. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Bero Bass hier was abbekommt, P.A. Sports besser wag dich nicht, ja, irgendwie sowas, genau, ja. Ja, also deswegen bin ich da natürlich auch zu 100% hinter P.A. Sports, ja, wenn es um Hühnersuppen geht, die hier verputzt werden müssen, ja. Ich werde eure Frauen nicht beleidigen, das ist zu einfach. Ich werde euch zu so erbärmlichen Hühnersuppen machen, dass euch eure Frauen verlassen und sich dafür schämen, jemals an eurer Seite gewesen zu sein. Ja, wäre ja nicht das erste Mal, ne. Ach, Mann, ey. Warum erzählt der Flissmeister das auch, ja? Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ach Gott, ey. Ist doch nicht so eine Angriffsfläche hier. Opfer, Alter. Berlin-Dicker. Ich werde euch alle beerdigen, ein cooler Deutschrapper namens Ematic sagte mal in einem legendären Distract, du bist nicht gemacht für diese Art der Konfrontation. Also ich, ich mach diese Scheiße seit 20 Jahren hauptberuflich und hab schon so einige Schlachten überstanden. Ich möchte sehen, aus was für einem Holz ihr geschnitzt seid, ihr kleinen Hühnersuppen. Nur wenn es soweit ist, denkt immer daran, ihr wolltet das so, nicht ich, ihr. Und ich hoffe, dass eure Manager, die es euch empfohlen haben, mir auf den Keks zu gehen, da sein werden, um eure Einzelteile aufzusammeln. Also, das ist schon ordentlich anteasern hier, muss man ganz ehrlich sein. Das macht Hoffnung, das macht Bock auf mehr. P.A. natürlich jemand, der halt jetzt schon gesagt hat, es könnte vielleicht das letzte Album werden. Und da wird er nochmal den einen oder anderen mitnehmen hier. Und auch wenn es mich sehr, sehr bestürzt, dass unsere Rap-Heroes hier nach und nach das Mic an den Nagel hängen, Kolle dieses Jahr schmerzlicher Verlust. P.A. jetzt hier anscheinend auch, irgendwann im Laufe des Jahres. Bushido hat auch angekündigt, finale Tour. Wenn das jetzt nicht zu so einem Barbra Streisand-Running-Gag wird, ist er sozusagen damit auch fertig. Man hat es ja gesehen, dass er eher so hier ist anpeilt, in so einer Runde zu sein, als jetzt hier noch großartig Deutschrap zu bedienen, was man 100% nachvollziehen kann. Der Mann geht auf die 50 zu, der hat über ein halbes Dutzend Kinder, hat eine große Familie, hat Geld noch und nöcher, lebt ein glückliches Familien. Das hat nichts mehr mit Gangster-Rap zu tun. Irgendwann wird es da auch peinlich. Es gibt Rapper in seinem Alter, die immer noch irgendwie auf Instagram freidrehen, irgendwelche Dörfer beleidigen und auf irgendwem Schlitten fahren wollen. Da bin ich ja der Meinung, dass ich finde, dass dieser Mann es auf jeden Fall geschafft hat, in Würde zu altern. Im Gegensatz zu dem einen oder anderen Kontrahenten. So, gibt es ja noch was? Ihr habt euch dazu entschieden, wie kleine Fliegen um meine Scheiße herumzukreisen. In der Regel kleben kleine Fliegen am Ende des Tages an meiner Windschutzscheibe. Schönes Wochenende. Mit einem schwarzen Herz, ein verpestetes, giftiges, bösartiges Herz hier noch. Okay, schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. PA Sports auf jeden Fall mit einer knusprigen Ansage, die es in sich hat. Oha, was ein sexy Emote. Einige von euch haben vielleicht die neuen Emotes noch nicht gesehen, ne, Chat? Aber wen meint der jetzt alles? Naja, das wird sich auf jeden Fall nicht nur auf Leute vor den Kulissen beschränken. Es ist ja, hinter dem Deutschrap-Vorhang gibt es ganz, ganz viele ekehafte Gestalten. Und ja, zum Glück kein blaues Herz, ansonsten würde Chase es ausrasten, das stimmt natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank.